Dein Gatte, ist er derselbe noch, derselbe, der stürmisch um dich warb, der dich zu holen drang durch hundert Schwerter, derselbe, der auf langer Überfahrt den Widerstand besiegte der Betrübten, die sterben wollte, Nahrung von sich weisend, und sie nur allzu schnell bezwang mit seiner Glut, ist er derselbe noch? Was sonst?